Und damals habe ich mit dem iPhone 4 gefilmt. Ah! Ah! Oh mein Gott. Ah, er hat auf mich zu begrabbeln. Sieht man da irgendwas? Ich denke nicht. Schau mal da hinten scharf. Hier. Wo die Kings. Und hier siehst du gar nichts mehr. Zoom halt. Hm. Ist ja nicht mehr so HD. Doch. Da sieht man alles. Okay. Vielleicht werbe ich mit der Rundfasen. Ja.